Ich kann mal Theo nochmal anrufen und fragen, ob er jetzt kommt oder nicht. Theo geht nicht, hat keine Lust. Ich klär das, Chat. Ich weiß, wie er Lust bekommt. Ich weiß, wie er Lust bekommt. Ach, er hat mich abgelehnt. Haa, so ist das also. Du lehnst also meine Anrufe ab, hm? Hm? Jetzt läuft auf Twitch. Ich bin Skurros. Ich habe 10.000 Zuschauer. Alle sind auf meiner Seite und jetzt lehnen wir Anrufe ab, hm? Ja, mein Freund. Warte ab. Warte ab, wenn ich dich nicht f... Warte ab. Warte ab.